so welt 3 die ruinen mit donkeyschnuff ich werde jetzt einfach immer schweigen wenn du mich so nennst und lyrikung so lust alter wasser wackeliger wasserweg der wackelige wasserweg kaputt stellt sich die geile es ist nackt und es ist aggressiv es habe ich gar nicht ja ich der hintern hat mich getroffen hat sich das soffen sehr gut ich habe ihn sicher gratis grill ist ich raste voll aus alter blume haben wir nicht mehr oder haben wir die bloßen am strand wird immer übersehen ich glaube die wachsen nicht am strand da wirst du diese windräder als ersatz dann noch eins von mir nicht als ersatz ne da war auch so das war ja auch ein ziel mit aero was zum hänker raum dann darf ich auch hier drauf der romanzen feuer in so blau und so hat man darauf gesagt ja wofür zu wissen ich musste da weg der geschossen weil sie die mutieren weil ich hier ich habe mich gefragt wenn man ihn auch auspusten muss ach so ja dann machen wir das hatte ich auch die banane und kann sie auspusten ja und er sagte auch das schweinchen sagt pusten jetzt ja nicht muss das schöner nehmen witzig dann geht das bei dem auch die kerzen auspusten ich denke stark dass der augenblick wo du sagst alter hufi du bist der geilste alter na was kommt jetzt habe ich nicht anders erwartet doch schön da bitte mama na aber gern ich möchte daran ja ich glaube man kann jetzt darum da kommen wir es nämlich ich möchte das fesschen gerne möchte nicht mit dass die banane unten vergessen du willst du wieder runter in oben gehst das ist meine sorge sein für meine seite im griff noch auf sich nicht erst da ich habe gewonnen gar nicht alles so geplant doch natürlich ich habe es kaum sehen das ist ja solch mal locken hier wird ihnen will sie zerfassen funktioniert nicht okay man kann nicht rechtzeitig oben drinnen und zurückspringen auf den anderen möchte es noch kaputt dienten muss man nicht antworten aber ist gut das ist aggressiv losgesprungen ja du wolltest ach so was kriegt man vielleicht jetzt nicht mehr keine ahnung was ist das hier von rad und darunter und meine auch nicht okay das ist aber auch arschig ja und ich weiß was kommt wie kommen wir zum ach ja jetzt okay woher fragen wenn er hinkommt nein nein ich denke das ist auch mal nicht nee ich möchte mal ganz in den hintergrund siehst du das habe ich auch noch hin jetzt habe ich doch ein vielleicht nicht rein ja nein das für euro das will ich doch war 2 ein mit spielen hat gut gemacht die 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 und schweinen. Oh Gott. Das Level macht mich fertig. Machs gut. Ja, du komm. Tschüss. Vorsicht. Nicht? Hier ist wieder Gerstparade. Vorsicht, der Schießt. Wer? Achso, jetzt würde ich das schon auch auspusten. Lass doch mal einen Ballon mit dem Scheiß drin sein. Soll ich die 1er Ballast sein, damit du das aufschreien kannst? Ja, das wäre toll. Da ist noch sowas drin. Boah, natürlich. Was ist denn? Haben wir den? Ja. Ist da noch was gewesen? Soll ich mal runtergucken? Wolltest du kommen? Mhm. Hier wird sie es anbieten. Ja, vielleicht mehr rechts. 56 Münzen. Kann man anwenden ziemlich viel Münzen gekriegt. Jo. Hm. Wieso schon? Die kommen da nicht rüber. Ah, auch nicht schlecht. Müsst du noch mal? Soll ich mal versuchen? Ein paar Versuche haben wir ja noch. So, halt ich fest. Bleib bloß mal ein Fass stehen. Na, das muss ich mit 3D-Parade. Kann das sein? 3D-Spruch! Das siehst du. Na komm schon. Doch nicht. Scheiße, sind wir so wieder zurück? Ich freue mich. Kann sein, dass ich da bin. Spring mal in meine Richtung. Spring mal in meine Richtung. Ich will es nicht nochmal machen. Dankeschön. Du kannst vergessen, warum mache ich das nicht? Oh, oh. Und dass mal kein Erfolgserlebnis war. Irgendwie. Kommt immer noch eine halbe Stunde dafür gebraucht was Löffel? Der ist so halb so weg. Falls es nur noch eine halbe Stunde ist, oder? Ja. Das hätte auch schlimmer sein können. Knopfknüppel ein? Ja, möchte ich jetzt auch. Putzle. Ja, keine Ahnung. Muss so schön, dass ich ihn schmeißen. Oder so. In dem Mond? Interessant. Was? Was? Ist da noch was? Nee. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Was? Was? Ist da noch was? Nee. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Nee, der brennt nicht. Wollen wir mal pusten. Danke. Warum schießt du denn uns dagegen? Hallo? Ja, Vorsicht, lass mich das machen. Siehste? Dann geht das auch. Du Gackvogel. Da kommt irgendwas sonst hinterher. Das möchte ich. Ach so, ich dachte gerade hier ist. Und zerquetschen. Ist das böse? Das sieht eigentlich erfreulich aus. Schöner, bunter Vogel. Die sind böse. Jetzt glaube ich auch. Ist da drauf? Das fängt schon richtig gut an. Jetzt sind wir schon mal drauf. Jetzt sind doch schon hier alle dort. Ich möchte nicht mehr raus. Ich bin da drin bleiben. Okay. Und was wir so? Ich habe nicht gedrückt. Hier hast du raus. Und jetzt haben wir es abwechslend gemacht. Das war zu früh. War nicht zu früh. Oh. Bam. Den Boden kaputt gemacht. Ich bin noch mehr. Noch mehr kaputt machen. Komma kaputt. Ich mache die Puseblume kaputt. Da kann ich deine Aggression dran auslassen. Hm. Pusten. 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 Ohne dich ist es nicht das gleiche Nils. Es war kein Grund dieselben Fehler trotzdem zu machen. Ich denke, er dreht sich in die andere Richtung. Ich stehe irgendwie hoch. Da kommt so ein fettes Vieh aufstelzen. Hm. Komme ich da irgendwie hoch? Ich reingne mal immer vorgebraten. Ohne dich ist bloß nicht zu machen. Boah. Ohne geht es doch nur noch. Ja nie mal vor. Warum? Baaranna supply. Was macht das gleiche Nerven? Du土, ich bin nochmal leider oft nachschaltiesen. was zum henker jeder kriegt eine zahl verpasst das war das wichtigste das könnte tatsächlich was werden ich raste aus wau sorry sorry ich traf sich gar nicht mehr da was du das was man die jungen halte ich übernehme wenn sich der mann schalte aus der rechten macht jedoch nicht alle so fast bitte ich habe gedrückt ich kann nicht drücken ich halte den gedrückt was mache ich denn ich komme noch mal das ist dein ernst so machen wir das jetzt rechts nein ich wollte jetzt habe ich nicht gedrückt weil ich damit gerechnet habe diese kann eine andere spieler drin nicht drücken achte endlich guck mal das geht doch noch da lang wo wir zu lang und hier um gucken aber gern ich komme jetzt wurden mit sicherheit in secret verpasst ist das hier normaler weg ja das ist denn mal zu kaum sein part wo will ich den hängen dahin 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 da wieder hin da suchen ja danke okay möchtest du noch mal oder soll ich mach du doch ruhig mal aber gern ist es so genehm voll gut ich bin dem einen auch hinterm reingerannt das passiert jetzt das ist hier los das ist lustig aus dann gehen kann auch herrlich ja muss ich raten wo es ist es kommt und so ja das muss da scheint ja mal dasselbe zu sein das muss das auf jeden fall dasselbe rechtzeitig wo sie fast redner das noch erwiesen verdammt scheiße aber gern ja sie ist so einfach ich warte auf die so wie rumgefeuert hier ist das nicht eine aussicht ja durch ihre ob das so gut war ich weiß nicht ach ja klar in den geschlossenen und schießen da haben drei rettungswasser sich das richtig okay so scheiße dann jetzt bist du da toll aber gern ich habe uns eigentlich nicht drin gesehen aber gut möchte ich glaube wir müssen die zu schießen weil die feste sind und noch da du hast ihn jetzt zugeschossen ja wir sollen ihn doch kaputt machen mal nicht ich dachte wir sollen da drin ist ja ein fast und ich dachte wir sollen das treffen kommen wir nicht da rein soll ich noch mal oder man ja mach doch noch mal das siehst du sollst einmal jedes mal rein und du hast die ehre bezeichnend für dieses level ist er bezeichnend oh doch war ein traum hältst du noch ein level mit mir aus oder brauchst du eine pause hier die schon vor zwei werden gebraucht glaube ich aber dann können wir ja noch mal hier ich glaube das verkauft man das gleiche kann das sein also müssen ein schlüssel kaufen ja aber gern er ist eigentlich dieses schwein warum trägt seine brille jetzt ist das eigentlich muss gar nicht mit spielen das auch 20 ist eine frischheit balance wir kommen kauf verloren sieben stück wenn 50 wir haben ja die münzen nicht war ja richtig du bist auch den ganzen wir sind wirklich wie so ein alter ob er redet immer selber das stimmt wohl so den spielen wir jetzt auch das leichtere level weil das ist das freie und ich denke mal das unsere wird schwerer sein weil wir jetzt das obere haben wir uns gekauft keine ahnung aber ich glaube ein kurzes preußen würde ich gar nicht so verkehrt finden ich möchte ins feuchte verließ ich glaube da bist du hier falsch ich weiß es nicht ich hab ich sie was ist ok wir brauchen nichts nichts gucken da war nichts sagst du so einfach neuer gegner der wird akku wenn er uns sieht und hier doch ist tot dafür wollen extra oder so achten und ist ein paar raden der fahrer die stimmte hoch wird die pustel und die weggebrüste ja was ist in der puste blume ich weiß nicht danke du kannst ja übrigens auch nicht mit dem fast kaputt bärchen ja gut kommen noch mal zwei knack ok oder um einen sack ja aber man weiß auch nicht was man im scheiß machen soll wird man ihm die zu bleiben hat man dann fast noch nehmen müssen oder so wahrscheinlich ne wieso soll man den fast gegen den sack schmeißen ja weil dann weiß ich nicht ob salat also der boden bröckelt auf jeden fall wirken der hier ja mit du soll ich gemacht jetzt auch gesprungen dann hat das gut funktioniert ballon weil ich nicht mehr ach gott das ist ja noch gar nicht ganz hoch hier ist hier kommen wir mal ich muss noch die banane entpusten ich habe hier was kaputt gehauen ich bin stolz auf dich das ist das die man das gemacht das zebran aus dem panzip was nicht gesehen ich habe nur aufs puzzleteil gut nach was ja recht vor pussel links hat sie braucht einmal stück zurück wo bin ich denn wir müssen da oben noch mal die moskule da so eine kiste voll entspannt die kiste meine hier stein war natürlich ne ist hat man achtung da war noch ein puzzle in dem ding drin da so jetzt ist schneller ich freue mich du musst fassen ich komme ich komme gerne ich möchte es mitnehmen soll ich das mitnehmen ich komme nicht runter ich komme nicht drauf jetzt oh gott ich bin dort diese scheiße möchtest du reinbauen möchtest du vor ne das geht kaputt ja ich weiß es wegen die vor wir werden reich 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 ich weiß wie viel los ist hier unten was ist da geht auch was kann man hier so drauf und hier so festhalten hatte na dann auf geht ernst ding 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 ich hab gewonnen und dich wieder zu mir heraufgesprochen herauf und es wird noch einmal der klingel doch nicht dass man 90 fässchen oder bist du puste bedingst hier ja wie denn von wo und hier bestimmt nicht oder was sonst jetzt nach links weg ok aber gern was gut möchtest du kommst du hast die ehre wochen schon noch auf den fassern ist auch aus holz das war der zeitpunkt wo du sagst halt die fresse mit dem scheiß spiel verarscht mich ich bin ich das nicht machen muss akku hier fast und sagt und aha aha da haben wir es doch jetzt ist mir das in die scheiß decken ich gehe jetzt mal rein du darfst danke das herz das kommt man mit mir gebrochen ich bin ja nur zum secret sender ja komm gott gott ich habe echt angst wenn du drückst warum das denn ja das ist jetzt halt das war das eisig die 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 wahl sind und dug wie hast du dir mit gekriegt der war schon oder nicht ja du das jetzt ich habe ich habe das gerade ich möchte das jetzt nicht mehr wenn ich mir nicht ganz wesentlich haben das ist ein bisschen größer kann das sein da hast du mal rein die lady und ananas crazy wir haben sie fast acht von neun teilen ist auch erstaunlich ich glaube ich geholt schon klar ja